... anschmeißen jetzt, ich muss arbeiten. Oh, das ist richtig zu mir, ey. Guck mal was. Alles, was ich jetzt scheiße hier dran finde. Und wir haben Panik hier. Alles klar? Panik? Mach mal eine Pizza. Alles klar? Panik? Selva. Selva. Sagte ich auch was? Ja. Sagte ich auch was? Ja. Na, wir müssen ja aufpassen. Scheiße! Ja. Nicht um den Fuß. Ja, ja, ja. Komm rein rein.